Wolfsmedizin von Wolf-Dieter Storl Eine Reise zu den Pflanzenheilkundigen in der Mongolei und Sibirien. Entdecke die Urmedizin der Taiga, die Tiere, Pflanzen und schamanische Praktiken der indigenen Völker. Weidenröschen, Feuerkraut, eines der wichtigsten Heilpflanzen Sibiriens und Nordamerikas. Das Kraut der Schamanen. Ein reich bebildertes Buch mit aufregenden Geschichten über eine der abgelegensten Regionen der Welt.